Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 1. August. Das Marburger Ordnungsamt schnappt einen polizeibekannten Mann, verunreinigtes Trinkwasser in Heuchelheim und weniger schwerwiegende Mängel bei Pkw-Hauptuntersuchungen. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Marburg ermitteln in mehreren Verfahren gegen einen polizeibekannten 53 Jahre alten Mann. Die Ermittler beschuldigen ihn, zwischen Mitte Juni und Anfang Juli 2023 unter anderem mehrere Einbrüche, Diebstähle, Tankbetrüge sowie Urkundenfälschungen begangen zu haben. Zudem soll er ohne Fahrerlaubnis gefahren sein. Die Tatorte verteilen sich auf Marburg und den Ostkreis. Eine Streife des Ordnungsamtes der Stadt Marburg nahm den Beschuldigten am Freitag, 28. Juli, nach einer kurzen Flucht gegen 10.15 Uhr in der Universitätsstraße fest. Zuvor soll er ein gestohlenes Auto mit dem gestohlenen Kennzeichen eines anderen Wagens auf dem Parkplatz des Gesundheitsamtes abgestellt haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Marburg noch am Freitag einen Haftbefehl, unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des wiederholten Diebstahls in besonders schwerem Fall und den Haftgründen der Flucht- und Wiederholungsgefahr. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Sorge um Trinkwasser in Heuchelheim Im Leitungswasser wurden Enterokokken und koliforme Bakterien festgestellt, wie die Gemeinde Heuchelheim und das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen warnen. Die Verunreinigung betrifft nur Heuchelheim und nicht das restliche Gemeindegebiet. Daher gilt vorerst die dringende Empfehlung, das Trinkwasser vor dem Verzehr abzukochen. Auch für die Zubereitung von Speisen, das Zähneputzen und die Wundreinigung wird abgekochtes Leitungswasser empfohlen. Duschen hingegen ist uneingeschränkt möglich. Die Stadtwerke Gießen, als Dienstleister der Gemeinde, werden eine Chlordesinfektion des Leitungsnetzes durchführen, um die Verunreinigung in den Griff zu bekommen. Weitere Informationen sind auf der Webseite der Stadtwerke Gießen zu finden. Kommen wir zu einer ungewöhnlichen Spende in Amüneburg-Mardorf und einer bewegenden Geschichte. Die 86-jährige Sophie Becker aus Mardorf möchte ihre vor über 70 Jahren abgeschnittenen Zöpfe für einen guten Zweck spenden. In einem vergilbten Schächtelchen bewahrt sie ihre zwei blonden Zöpfe auf, die einst Teil der Marburger katholischen Tracht waren. Damals entschied sich die junge Sophie, die unbequeme und unmoderne Tracht abzulegen und damit auch ihre Zöpfe abzuschneiden. Nun möchte sie mit ihrer Haarspende krebskranken Kindern helfen, nachdem sie von der neunjährigen Haarspenderin Nele Krein aus Emsdorf gelesen hat. Die Bürgerhilfe Amüneburg unterstützt sie bei der Umsetzung, und die Zweitharmanufaktur Riesweg wird die Zöpfe verarbeiten. Das Alter der Haare ist offensichtlich glücklicherweise auch irrelevant, nur chemisch behandelt sollen die Zopfspenden laut Zweitharmanufaktur nicht sein. Sophie Becker hofft, dass ihre Haarspende einem jungen Mädchen Hoffnung und Lebensfreude schenken kann. Eine Gruppe sitzt an einem Sommerabend in einem Wetzlarer Biergarten bei einem kühlen Getränk. Was Außenstehende nicht wissen können, die acht Personen, die sich angeregt und fröhlich unterhalten, kennen sich noch nicht lange. Das Treffen im Biergarten wurde als Aktivität über die App Meet5 angeboten. Ursprünglich für Studenten entwickelt, punktet die App inzwischen vor allem bei der Generation 40+. In den vergangenen drei Jahren sind die Nutzerzahlen deutlich gestiegen, auch im Landierkreis. 600.000 registrierte Nutzer gibt es in ganz Deutschland. Eine Nutzerin berichtet, dass sie beruflich viel mit Menschen zu tun hatte, im Ruhestand aber den Austausch vermisse und mit der App einen Ausgleich gefunden habe. Die App-Nutzer, die sich im Biergarten verabredet haben, schätzen die Möglichkeit, unkompliziert Menschen mit gleichen Interessen kennenzulernen und gemeinsam Freizeitaktivitäten zu unternehmen. Auch schätzen sie an der App, dass es sich nicht um eine Datinge abhandelt, sondern neue Freundschaften im Vordergrund stehen. Der Anteil durchgefallener Autos bei der regelmäßigen Hauptuntersuchung ist vergangenes Jahr leicht gesunken. Insgesamt wiesen bundesweit 20,7% der 2022 geprüften Pkw erhebliche oder gefährliche Mängel auf oder waren verkehrsunsicher, wie aus aktuellen Daten des Kraftfahrtbundesamtes hervorgeht. 2021 waren es noch 20,9%, vor zwei Jahren 21,1%. Etwas besser als der Bundesschnitt schneiden die Autos in Hessen ab, hier sind 2022 nur 19% der Autos durchgefallen. Etwas schlechter in Schuss sind hingegen die Fahrzeuge in Rheinland-Pfalz, hier fielen 22,2% durch. Komplett ohne Beanstandung kamen 66,9% der Autos durch die Hauptuntersuchung. Die geringsten Durchfallerquoten finden sich laut KBA-Zahlen in Sachsen mit 18%, Thüringen mit 18,1% und Sachsen-Anhalt mit 18,3%. Die höchsten in Schleswig-Holstein mit 26,1%, Bremen mit 25,5% und Hamburg mit 25,2%. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de www.mittelhessen.de Vielen Dank.